Wolverines, SDF-Operation beginnt. Waffen scharf! Als würde es nur diese Map geben. Komm, du rennst vor, Kanonenfutter! Digga, du warst Kanonenfutter, warum bin ich gestorben? Immer dasselbe. Auf jeden Fall spiele ich natürlich mit der hässlichsten Tarnung, die man wahrscheinlich im Game haben kann. Aber das ist die einzige, die ich freigeschaltet habe, deswegen nehme ich die. Granate, Regel! Nice, dankeschön. Was ist das eigentlich? Ich meine, bringt mir das jetzt irgendwie was? Jo, nice. Ich wollte eigentlich warten, bis der Gegner rauskommt, aber hey. Danke für den Camp, oder? Sprich doch bitte alle rein, dankeschön. Das wäre echt blöd von ihm. Holy Shit. Alter, ganz ehrlich, diese Granate ist doch ein bisschen übertrieben, ne? Ich meine, die explodiert, droppt dadurch noch kleine Granaten und die dann auch noch explodieren. Ich meine, kann man denke ich mal machen, ne? Na, Alter. Auf jeden Fall könnt ihr euch schon mal dran gewöhnen, falls ihr das Ding wirklich selber gespielt habt, dann wisst ihr es. Man stirbt sehr häufig, weil die Gegner von hinten spawnen. Da war ganz kurz nach. Siehste, Mann, verdammt, ich wollte auch die andere Waffe austesten. Ich wollte nicht die Waffe nehmen, ich wollte die andere mal testen. Weil für die habe ich ja jetzt ein bisschen verbessert, weswegen ich die andere mal nehmen wollte. Kann ich jetzt machen. Äh, und zwar... Die war das. Für die habe ich jetzt nämlich so eine Verbesserung, dass ich ganz, dass ich jetzt schnell nachladen kann. Wollte ich mal ganz kurz gucken, wie schnell das jetzt ist. Alles klar. Was? Holy Shit. Alter, wo kommen die alle her? Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Siehste, ich wollte mal ganz kurz. Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Ja, nochmal geht schneller. Definitiv schneller. Oh, verpiss dich. Alter. Holy Shit. Auf jeden Fall gibt es jetzt schon Leute, die mit dem Sniper rumrennen. Versuchen Quickscopes zu machen. Da gibt es schon Leute, was habe ich gesehen, den einen Typ an der Schrotflinte. Der ist einfach mal über die Map gelaufen mit der Schrotflinte in der Hand und wollte einfach so viele Kissen machen mit der Schrotflinte, wie es geht. Das coolste war immer noch der eine mit dem 360. Der hat wirklich versucht, 360. Oh. Oh. Der hat wirklich, der hat sich hier hingestellt und die ganze Zeit versucht 360 zu machen. Alter, der, der Typ, Alter. So hart, wie der negativ gegangen ist, ne? What the fuck? Habt ihr das gerade gesehen? Der ist gelaufen wie so ein Hund. What the fuck, das ist nicht ganz zum ersten Mal. What the fuck? Alter, was war das gerade für ein Aim? Alter, was war das gerade für ein Kartoffel-Aim, Alter? Ich warte kurz. Jetzt geht's. Alter, was zum Fick hatte ich für ein Kartoffel-Aim drauf, ey. Alter, hier explodiert wirklich alles. Wirklich fucking nochmal alles. Komm, geht nach hoch. Alter. Ja. Übertreib's nicht, bruh. Okay, da kommt gleich einer. Oder auch nicht. Ach so, die sind hier alle. Na denn. Nice, hab ich noch gekriegt. Ein Königstöter, nice. Oh shit. Oh shit. Verwendete Drohnen-Unterstützung aktiv. Gott sei Dank. Oh, scheiße. Geh, ne? Alter, kam's auf einmal. Ich glaub das ist echt geil, wenn man so mit Kumpels spielt, ne? Ich mein, ich wollt's ja mit nem Kumpel spielen, nur der hat halt gesagt, jo, das Spiel ist scheiße. Und der hat halt angefangen, oh, was zu zocken. Das ist so. Du willst mit nem Kumpel das Spiel zocken, aber er sagt direkt, jo, ist scheiße, ich zock was anderes. Und dann seitdem sitzt ich hier ganz allein und zockt das Spiel. Ich mein, es ist wirklich wie Black Ops 3, aber Black Ops 3 war doch auch nicht scheiße, ne? Ich mein, das war doch eigentlich ganz gut. Sind wir mal ehrlich. Black Ops 3, das war vernünftig. Also nach, nach Ghost und Edwands Warfare war Black Ops 3 echt vernünftig. Da kann ich mir sagen, was ihr wollt. Komm mal, ey, ich will nicht negativ gehen, okay? Also zwing mich nicht dazu. Fuck. Ich dachte, der hat mich nicht gesehen. Ich dachte echt, der Typ hat mich grad nicht gesehen. Halt jetzt. Gegner-Team zwingt mich nicht dazu, negativ zu gehen, ne? Holy shit. Alter, Leute, lass mir doch mal ein paar Kills. Jetzt geh ich hier noch negativ. Wisst ihr, was cool wäre? Man sieht ja bei den Gegnern immer so Lebensbalken, ne? Das wäre geil, wenn man auch seinen eigenen sehen könnte. Wisst ihr, warum? Weil dann wüsste man, wie viel Leben man noch hat. Weil ansonsten rett man hier andauernd noch halbtot rein in die Gegner. Weil du denkst, okay, ich blute nur ein bisschen. Aber fuck, du hast ja einen Lebensbalken. Ich bin so aktiv. Just. Ich würde so gesagt haben. Warum renne ich hier rein? Warum so fickt bin ich hier rein gerannt? Komm rein, Alter. Alter, was war das gerade? Nein, ich hatte noch, ich hatte noch Abschlussserien. Ich hatte noch Abschlussserien. So eine Scheiße, Alter. Ich hatte echt noch Abschlussserien, die ich benutzen wollte. Ich meine, was ist das für eine kurze Runde, Alter? Die war ja mega kurz. Ich glaube, ich laden nur 5 Minuten Parts hoch. Kann das sein? Ich habe bis jetzt... Ich weiß halt nicht, wie lange die Folgen jetzt so sind. Aber ich glaube, das sind alles nur 5 Minuten Parts. Und ich glaube... Siegerkreis, ja. Und ich glaube, bis jetzt waren alles Niederlagen. Kann das sein? Wow. Guckt euch mal die Quoten an. 0-3-5-0-4-4. Holy shit. Holy shit. Alter, meine Kollegen, die sind ja richtig hart am Sachen. Das ist ein beeindruckender Rang und bringt Ihnen eine wichtige Beförderung. Gut gemacht, Wolverine. Danke, bra... Danke. Wenigstens einer macht ein paar Komplimente. Dann würde ich sagen, sie sehen uns das nächste Mal. Bis dann, noch rein. Auf Wiedersehen. Tschüss.